Atome Mülle, Freunde, wieder was für Halloween, ja? Wir machen ein großes Glas mit Eiswürfeln voll, das hier ist ein altes Gurkenglas, dann 12cl Zitronenwodka. Normaler Wodka geht auch, 12cl Melonenlikör, den Saft von einer Zitrone und den Rest füllen wir dann mit Mountain Dew auf. Als nächstes hauen wir zwei Päckchen Ahoi Brause Waldmeister mit dazu, rühren das Ganze einmal durch und geben ein paar Strohhalmen in den Drink, ja? Das Zeug sollte man nicht alleine trinken.